Ja, damit ein herzliches Willkommen hier von der Gamescom 2013. Ich habe gerade mal Angry Birds Star Wars angespielt und zwar auf der Xbox, nicht auf einem Tablet oder auf einem Smartphone, wie man es bisher kennt. Nein, auf einer Xbox. Und das Ganze soll dann auch im November auf alle Konsolen kommen, also Xbox, PS3 und Wii U. Ja, ich habe das Ganze mal halt angespielt und es spielt sich gar nicht so übel mit der Konsole, mit dem Controller, mit Analogstick. Finde ich, spielt sich fast noch besser als das Original auf Tablet oder Smartphone, also auf Touchscreen. Und gerade Angry Birds Star Wars ist ganz lustig, vor allem wenn man die Star Wars Reihe kennt, sind viele nette Gimmicks drin und gegenüber der Tablet- und Smartphone-Version enthält Angry Birds Star Wars für die Konsolen auch noch eine Exklusiv-Level. Ja, das Ganze soll 29,99 Euro kosten. Das Spiel ist eigentlich an sich ganz gut. Ob es seine 30 Euro dann doch wert ist, kann ich nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ja, das war es auch schon wieder von der Gamescom 2013 hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss!